ja probieren wir doch einfach mal wir müssen uns alle schnell suchen und dann machen wir nichts anderes zusammen ich hab ein tuch mit ich muss facecampen ja dann alle runter wer bist du ich kenne dich nicht wer ist wer ich bin ganz vorne ist weil ich die aufnahme machen die ist nicht so groß die mit ja ich hoffe gerade ein bisschen doof dahinter das ist blöd aber der bitte die jens ablaufen seid jetzt aber direkt wieder wir sind ja nur noch dritten sind doch viel nein mein platz weg alle müssen einer reihe bleiben hauptsache heute richtig ernst machen er versteckt sich vielleicht ist es ja sogar twitter das wäre jetzt super lustig wo ist er denn jetzt hin hallo gruppe arschlöcher bis zusammen oben auf den berg hier hallo hast du ich gut arbeiten ja bitte irgendeiner ist schneller als ich genau lass uns mal quer laufen wer guckt voll süß hallo wir können wir können ihn ja mal umkreisen oh die die oh die die hallo oh ich bete dich an hallo ich bete dich an führ uns zum gem du musst unser führer ich wollte in die andere Richtung du musst unser führer ich bin ganz rot wir müssen ihn folgen wir müssen ihn folgen alle in der reihe folgen ihn ich bin wieder der letzte ja jetzt haben wir es moment ich gehe hier mal rein aber wir sollten ihm so folgen dann sind wir einfach schneller achso schreien wir sind wieder her ich werde folgen ihn er rennt weg guck mal er rennt weg ich bin jetzt fang warte auf uns killer warte wir müssen ihn weg abschneiden das ist jetzt schade dass die jetzt nicht vorbei ist vielleicht ist das ja auch Nils als killer er ist raus er ist ich krieg ihn nicht er ist so schnell soll man nicht mal langsam anfangen da hinten alle auf ihn boah du hast mich überholt weg abschneiden weg abschneiden ich weiß wo er lang geht er ist noch links er ist noch links er ist noch links er ist noch links ja er ist noch hier aber er haut nur ab irgendwie er macht mit uns zusammen gar nichts ich komme dir da hinterher kollege ich geh mal ein nein geh weg such dir einen eigenen zu die bin ich block mal den killer im Keller ja genau ich hab nie das schlüssel gefunden er hat nein gesagt ne ne ja hallo ey ey und weggezogen ich bin nicht ein aber er hängt mich nicht auf jetzt zieht er nicht weg ach so seid ihr im Keller ey das ist ja meine warte ich kippste dir ja bitte es geht nicht warum kann ich sie nicht hinlegen leg sie hin ja leg sie hin ja Marc du bist so ein du musst ne Arsch warte ich muss sie blocken waren die jetzt mit euch oder ey was ist da drauf aber du weißt schon dass du weit außerhalb des Kellers da unten liegst hä ne er liegt hier unten ja aber er ist schon fast außerhalb vom Bereich oh nein auf meiner Karte musst du dir mal ein Video angucken ey oh nein die Tasche noch brechen oh wer hat denn hier ne Karte dabei da seht ihr alle Jens alle Totems ich hab die Karte dabei komm lass den Jenny hinten machen halt mich äh ne da schade ey ich dachte du gehst da lang lass die doch mal dran nein lass die doch mal dran wie ne Kille ne ich hab jetzt gedacht aber ich glaub wir sollen die Jens machen das wird uns nicht irgendwie verbessern nein ich dachte er wollte den kaputt machen ach das war das nochmal das war jetzt irgendwie nicht ja 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 genau dieses ätzende Geräusch ja beam me up Scotty eben geworfen äh das geht so ich will ihn auf den Sack hier gerade weg ich wollte gerade sagen was solltest du eigentlich dann machen wenn er da stehe ja ich glaub der kommt ja auf mich zu ich hab richtig Panik bekommen grad dann lauf auch und bleib nicht stehen wir dann mach mal die wir machen mal den Karte check hier auch damit ihr euer Akkohol ach er wollte uns vielleicht hier einfach nur als siamesische Zwillinge reinschmeißen der Keto sind alle ich sag der Keto sind alle ich sag der Keto sind alle komm mal ich helfe dir mich sieht keiner ja vielleicht muss er ansonsten äh sich nochmal auf den Boden setzen nochmal ne Verbindung aufbauen hallo äh danke und den Michelinengas ey Aua kannst du mal stehen bleiben? das ist nicht schön was du da machst ist nicht schön nein ohne sollte drinnen ja befummelt mich ja vielleicht hat der auch irgendeine Quest wo er so laufen muss und uns alle alle ineinander gelegt der Maul wäre so spät aufgefallen wenn er dich jetzt natürlich noch umwirft wird's scheiße so meine Taschenlampe gib mir die Taschenlampe wie fummelt du denn jetzt? äh er war kurz an mir dran aber dann ist er anscheinend umgespielt zu euch wir machen gerade ein paar Eier hier zerstöre dich meine Vorfahren hä? wo hast du die Taschenlampe hingetan? die ist weg unter meinem Bein wahrscheinlich oder? ne die Taschenlampe ne die Taschenlampe also jetzt sind wir da eben was in der Erde drinnen könnt ihr vielleicht uns erstmal warten holen ach das bin ich achso das ist ein durcheinander oh man neiii schon wieder alle äh mein Tier ist oder alle drei wieder? aber sein aber er ist irgendwie ein bisschen komisch am Farben gerade ja eigentlich sollten wir vielleicht auch noch einen Gem machen wir haben ja zwei hallo 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 friend friend of mine warum tust du dies? warum hast du mich nicht einlassen? weil ich schon fertig war naja arschloch sind sie noch bei dir? nein doch wir sind alle gegangen wir sind alle weg wir sind alle weg wir sind alle weg ups ich bin ich bin ganz alleine in Garshaven oh komm lass mich wenigstens das Totem eben noch zu Ende machen ich kann dir behilflich sein da unten da ist warte 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 na danke ich hab ein Heiligen Schallen ach der will die Dinger einsammeln glaube ich ja der will die Kugeln einsammeln warte warte ach so hat einer schon hier nen Schrein gesehen aber ja nicht mehr woher denkt das da seid ihr mit David kriegen wir das ja ja ich hab's schon ich hab den Schrein ich hab's noch nicht bei David boah das war ja auch nicht denn warum ich? ich muss den Schrein finden stimmt hab ich auch noch nicht mit dem scheiße ja dann sucht mal schnell sucht das ist ne kleine Map eigentlich müsste man hier was finden wow ich geh weg geh weg sie liegt wieder hallo ja ich werd jetzt aufgehangen glaube ich nein wo bringt der Dinger er guckt glaube ich noch ob jemand mitkommt ja er guckte gerade ob jemand mitkommt das Problem ist nur er kann jetzt nicht unterscheiden wer schon abgehangen hat aber ja ich geh mal davon aus dass er davon ausgeht dass wir zu ach so ist dann dann kommt man schnell einer her paletten das ist natürlich schwierig so wenn er jetzt huckt dann weiß er natürlich nicht wehen und so ja er macht was ne ich darf ihn nicht reparieren wollte ich grad sagen dann weiß er nicht wer die Fett waren nein er hat mich ja noch nicht aufgehangen das war ja noch den jetzt dann gerade komm willst du mal zwei für einen machen dann muss uns zwei umhauen ne ja eben hat er schon drei auf einmal quasi beziehungsweise mich danach nochmal mit dem nachschlagen ähm habt ihr jetzt so ein Schrein gefunden? ey leider nicht guck mal in der Kiste nach ob da einer ist ich habe ein Totem gefunden und eine Kiste und ein Jen ein Totem ah links von uns ist ein Totem also ich glaube ich bin mit ein Lars hier ich bin mir aber nicht sicher nein ich habe eine normale Tasche dann aber weiß aber eine pinke habe ich bist du bei ihm hinten? ich bin nicht bei ihm ne ich bin hier hinten ganz in der Ecke ja weil er liegt da so einsam und dabei ne ich hole mal jetzt weg hoch irgendeiner macht hier einen Jen alleine das bin ich ja warum holst du ihn nicht? ja wegen dem Jen damit wir da auch mal ein bisschen vorankommen ich würde ja auch gerne mit ihm fahren das ist ja alles kein ich muss ja auch die goldenen Embleme noch holen das ist ja auch noch äh die goldenen Quatsch die die Schildern haben ja das war mein erster meine Taschenland safe äh 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 ich geh raus oh jetzt mach ich sie böse auf mich das ist bei mir irgendwie auch nicht schreien ich aber selbst wenn alle gemacht sind nicht aus dem hausland ja ja warte mal kurz oder ich mich schauen ja okay ich dachte gerade rede und arbeite ich nix zu sprechen deutsch immer noch die kooperationsaufgaben das wäre schön wenn du mal bei mir bleiben würdest was für dinge ja kooperative unterhosenaufgaben kooperative unterhose aua aua wieso schlägst du mich hier killer ich hab dir nix getan doch du hast deinen toten zerstört ja dafür gehe ich in den schrank und heil mich hier ist eine palette... hat er das gesehen ich habe max tapferkeit aber heilen bin ich wieso habe ich so wenig halten da ist noch eine palette wollte ich gerade sagen da kommt mir ich einer von euch gerade entgegen das lasse oder dann hauha ich weiß nicht dass er gestand vielleicht auch der letzte gen ist oder so ich weiß es nicht jetzt hängt er mich auf hier jetzt ist er sauer jetzt will ich weg gehen er ist sauer ich find's scheiß ding's nicht ich hab geliebene zahl da der da hinten war es der da ne da ist ein schön gerücht einer von den dreien die da gelaufen sind ey aber hier gerade eine selbstgenesung jungs aber vielleicht soll das auch bedeuten wir sollen den letzten gen nicht machen oder so ja vielleicht will er jetzt diese hacken und dinger komm mir mal runter du hast auch... ne du hast keine geliebene zahl ich muss auch noch heilen ich hab nur heilen und ich wollte irgendwie obwohl wir eben doch so oft da hinten geheilt haben irgendwie sind die anzeigen bei der seit dem update merkwürdig kannst du mich machen? nö bitte ach so du bist das gar nicht ach ich red die ganze zeit hier mit 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 marco marcos pennyweiß bordo 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 Da gibt's keine mehr. Sicher? Ich glaub nicht. Nein, nein. Das war aber komisch, wo auch einer die aufgemacht hat. Dann sind die weggegangen. Moment, okay. Wir sind das hier links noch nicht. Ich hab hier eigentlich schon alles abgesucht. Ich denk was. Ja, aber es wird noch eine gewolle. Wir müssen vielleicht seit hier. Ja, vielleicht aber, dass wir rausgehen. Den Kartentyp bitte herleiten. Ja, bin ich. Okay. Aber ich glaub nicht, dass... Boah, die Zeit ist auch so... Wie dann geh ich raus? Er hat's nicht verstanden irgendwie, dass er mich noch mal schlagen sollte, damit ich rausfalle. Ich weiß auch nicht. Er wollte da nicht mehr. Ich bin dann raus. Ach, ist noch immer raus. Jo, ecke. Letztens war's wirklich vor dem Ausgangstor irgendwie. War das die Scheiße immer gesammelt. Da ist die gespawnt. Da bin ich gerade rumgelaufen und hab immer spawnt so ein Ding. Hier leuchtet ja noch jemand. Der Christian hat doch eine. Oh. Ja, ich sag's für ihn. Achso, nee, du hattest doch schon, oder nicht? Also du hast doch noch keine, oder nicht? Ja, ich bin damit doch jetzt raus. Achso, ja, dann... So, okay. Nee, dann, ich brauch keinen mehr. Komm. Ich hab doch eben gesagt, ich hab eine gefunden. Nee, ich hab... Für den hab ich die Krone schon. Der Killer hat den Killer rausgeworfen. Achso. Ich wollte mich eben auch irgendwie nicht mehr schlagen. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Wie schnell der auf einmal gerannt ist hier der Typ. Das hat ihn halt nix gebracht, der Kuchen so. So. Das war halt ein bisschen... Wir nehmen jetzt noch einen Spak. Kuchen. Spak. Daher ist das Berg. Daher ist der Lauf. Dass die Kuchen so weit ist. Aber wenn da den Kopf ist, dann auch einen Spak. Und das einfach ein bisschen wie öfter ist. Aber dann muss das, wenn da mal gesagt. Vielen Dank.